Sie sind hier, 21. November 2018, 10.55 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern die Spielerinnen des Dresdner SC, zeigen sich von ihrer besten Seite, Urheberrecht Dresdner SC. Die Spielerinnen des Dresdner SC wollen gegen Wilsby Burg ab 19 Uhr live im TV auf Sport1 ihre Siegesserie ausbauen. Sport1 stellt die Stars vor. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-DK und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr K-Geld K-Geld